Stell dir vor, du ziehst einen Wave Pen und erwartest eine entspannte Zeit und plötzlich kollabierst du. Was, wenn ich dir sage, dass genau das mit einer Substanz passieren könnte, die gerade in Deutschland völlig legal und unreguliert ist? Heute möchte ich eine Story mit euch teilen, die mich ziemlich beunruhigt hat. Ich war neulich in einem Späti bei mir um die Ecke und was sehe ich da? Sie verkaufen Wave Pans mit einer Substanz namens HHC. Komplett legal und unreguliert. Ich durfte netterweise die Rückseite der Verpackung abfotografieren, um die Inhaltsstoffe auszuchecken. Und was ich da gesehen habe, hat mich echt stutzig gemacht. 95% HHC-Destillat, 5% Terpene und dann, in Klammern, die Worte Ratte und Maus. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was zum Teufel bedeuten Ratte und Maus auf der Rückseite einer Wave Pen Verpackung? Nun, das bezieht sich auf die toxikologischen Daten, genauer gesagt auf die LD50-Werte, die die Dosis einer Substanz beschreiben, bei der 50% der getesteten Tiere, in diesem Fall Ratten und Mäuse, sterben. Ich meine, das ist doch verrückt, oder? Wir inhalieren Substanzen, deren Sicherheit an Tieren getestet wurde und das ohne klare Regulierung oder echtes Verständnis der Langzeitauswirkungen beim Menschen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie kann es sein, dass eine Substanz, über die wir so wenig wissen, so leicht verfügbar ist? Und bedeutet das, dass für uns Konsumenten, die wir vielleicht denken, dass wenn nur etwas legal ist, es auch sicher ist? Ich will natürlich eure Meinung dazu hören, Leute. Und was denkt ihr über HHC und die Tatsache, dass es aktuell so leicht verfügbar ist? Sollten wir uns Sorgen machen oder denkt ihr, es ist alles halb so wild? Schreibt eure Gedanken in die Kommentare und lasst uns diese Diskussion starten. Und wenn ihr mehr solche Storys hören wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Updates verpasst. Bis zum nächsten Mal, bleibt sicher und bleibt wachsam.